Die Mondknotenachse sind immer zwei, der aufsteigende Mondknoten und der absteigende. Der absteigende befindet sich im Zeichen Waage und der aufsteigende im Zeichen Widder. Und der Mondknoten geht immer anderthalb Jahre durch ein Zeichen. Der absteigende in Waage heißt jetzt auch gerade mit der Konjunktion Mars und Venus, die beiden Leitplaneten auf der exoterischen Ebene von Mars von Widder und Venus von Waage. Die karmischen Themen mit dem Absteigenden Mondknoten im Zeichen Waage heißen, es ist gut gewesen mit der Anpassung, mit dem, wie sagt man, andere Leute es wohl machen wollen, sich um andere kümmern oder Kompromisse eingehen, die vielleicht gar nicht deine waren. Diese Zeit ist jetzt wie erfüllt.